Sie wurde am Mord, stimmt's? Ein Beileid. Vielleicht gibt's ja doch noch Gerechtigkeit. Was hast du mit meinem Kind gemacht? Vielleicht hat er sie ertränkt. Wir lassen das noch mal nachstellen. Wer kommt denn noch alles? Die war 14! Wie genau war denn jetzt das Verhältnis zwischen Rosa und Axel? Bist du jetzt völlig bekloppt? Wir waren damals beide überfordert. Ich meine, ich bin mit 17 Vater geworden. Ich hätte direkt hinter ihr her müssen. Warte doch! Lass mich! Danach habe ich sie nie wieder gesehen. Ich habe alles gesagt. Sie werden den Fall wieder zumachen. Seitdem es passiert noch irgendein Wunder. Ah! Du Scheiße. Das ist mein Seher. Das ist mein Seher. ARD Text im Auftrag von Funk